Jetzt war es 3 Uhr. Der Antichrist befand sich schon seit 15 Stunden auf der Erde und ein Engel und ein Dämon waren drei von den 15 Stunden damit beschäftigt, exzessiv zu trinken. Sie saßen sich im Hinterzimmer von Azerafields alten Buchladen in Soho gegenüber. Die meisten Buchlieden in Soho haben Hinterzimmer und fast alle dienen zur Lagerung seltener oder zumindest sehr teurer Bücher. Azerafields Bücher enthielten allerdings keine Illustrationen. Sie hatten braune Umschläge und eingerissene Seiten. Manchmal, wenn dem Engel keine andere Wahl blieb, verkaufte er einen Band. Hin und wieder kamen sehr ernst wirkende, in dunkle Anzüge gekleidete Männer und gaben höflich zu verstehen, Azerafield sollte seinen Laden verkaufen, damit er in ein Geschäft verwandelt werden könne, das besser in die Gegend passe. Manchmal boten sie Bargeld an, dicke, schmuddelige Bündel aus 50 Pfundnoten. Dann und wann gesellten sich andere Männer hinzu. Ihre dunklen Sonnenbrillen erinnerten den Engel an Crowley, wanderten durch den Raum, schüttelten bedeutungsvoll den Kopf und sprachen Sätze wie »Tja, Papier brennt leicht. Wenn hier ein Feuer ausbreche, wären sie arm dran.« Bei solchen Gelegenheiten nickte Azerafield, lächelte und versprach darüber nachzudenken, woraufhin die Männer gingen und nie zurückkehrten. Als Engel brauchte man nicht unbedingt ein Narr zu sein. Mehrere Flaschen standen auf dem Tisch. »Ich meine«, sagte Crowley, »ich meine, ich meine«, er versuchte, seinen Blick auf Azerafield zu richten. »Ich meine«, wiederholte er und überlegte, was er meinte. Schließlich erhellte sich seine Miene. »Ich will auf Folgendes hinaus«, verkündete er. »Auf Delfine. Ja, das meine ich.« »Eine Art Fisch«, erwiderte Azerafield. »Nein, nein, nein, nein«, widersprach Crowley und schüttelte den Zeigefinger. »Es sind Säugetiere.« »Ja, echte Säugetiere.« »Der Unterschied«, Crowley wartete durch den Sumpf seiner Benommenheit und suchte nach den richtigen Worten. »Der Unerschied zwischen Fischen und Säugetieren.« »Letztere vermehren sich außerhalb des Wassers«, vermutete Azerafield. Crowley runzelte die Stirn. »Ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher, es gibt einen anderen wichtigen Unterschied.« »Hat irgendetwas mit den Nachkommen zu tun, mit den Jungen, den Kindern, was auch immer«, erholte Tiefluft. »Ich meine, ich meine, ich meine Gehirne«, ergriff nach einer Flasche. »Was ist damit?«, fragte der Engel. »Delfine haben große Gehirne. Das meine ich. Sind so groß wie, so groß wie, sind ziemlich groß.« »Und dann die Wale. Haben Gehirne wie Städte. Kannst mir ruhig glauben. Das ganze verdammte Meer ist voll von Gehirnen.« »Der Krake«, sagte Azerafield und starrte verdrossen in sein Glas. Crowley schaute ihn mit dem langen, kalten Blick von jemandem an, vor dessen Gedankenstrom sich gerade ein Schleusentor geschlossen hatte. »Wie?« »Der Krake«, brummte Azerafield. »Ein riesiges Tier, echt gewaltig. Schlaf wird in den Tiefen des Meeres unter viel, ähm, Wasser. Und unter vielen, wie heißen die Dinger? Algen und so. Er scheißt, er kommt an die Oberfläche, wenn das Meer zu kochen beginnt.« »Wirklich? Tatsache.« »Nun, so weit ist es gekommen«, kommendierte Crowley und lehnte sich zurück. »Da kann man mal sehen, wenn die Meere kochen. Arme Delfine. Sie halten bestimmt nicht viel davon. Und dann die Muscheln und Kalamari und Algen. Alles zum Teufel. Äh, ich meine, alles hin. Und niemand kümmert's. Ähnlich ist es mit den Gorillas. »Donnerwetter«, sagen sie. »Der Himmel ist ganz rot. Und Sterne fallen runter. Und mit was sie heutzutage die Bananen spritzen. Und dann?« »Sie bauen Nester, die Gorillas«, warf der Engel ein und wollte sich einen neuen Drink einschenken, wobei es ihm beim dritten Mal gelang, das Glas zu treffen. »Nee.« »Bei Gott, es ist die Wahrheit. Hab einen Film gesehen. Gorillas bauen Nester.« »Du meinst Vögel«, sagte Crowley. »Nester«, beharrte Azerafield. Crowley beschloss es dabei zu belassen. »Wie dem auch sei«, brummte er. »Alle Geschöpfe, groß und gemein. Ich meine, klein. Alle Geschöpfe, groß und klein. Viele von ihnen haben Gehirne. Und plötzlich, zack, aus, Ende.« »Du bist daran beteiligt«, sagte Erzähler viel vorwesvoll. »Du bringst Leute in Versuchung. Und du verstehst dein Handwerk.« Crowley knallte sein Glas auf den Tisch. »Das ist nicht fair.« »Ich meine, die Leute brauchen ja nicht einverstanden zu sein. Hier kommt seine Erhabenheit ins Spiel. Euer Beitrag. Außerdem, es ist gar nicht schlimm, Leute in Versuchung zu führen und ihre moralische Standfestigkeit zu prüfen.« »Ja, damit hat alles seine Ordnung. Aber der Weltuntergang? Ich meine, alles einfach zu zerstören?« »Na schön. Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Aber ich habe dir doch gesagt, ich kann nicht um... ungeh... ungehorsch...« »Ich meine, ich muss mich an meine Anweisungen halten. Immerhin bin ich ein Engel.« »Im Himmel gibt's kein Theater«, sagt Crowley. »Und es werden nur selten Filme gezeigt.« »Du verschwendest nur deine Zeit, wenn du mich in Versuchung führen willst«, entgegnete Erzähler viel und lachte humorlos. »Ich kenn dich, du alte Schlange.« »Denk nur mal drüber nach«, fuhr Crowley erbarmungslos fort. »Weißt du eigentlich, was die Ewigkeit bedeutet? Weißt du wirklich, was sie bedeutet?« »Ich meine, hast du eine Vorstellung davon, was die Ewigkeit ist?« »Nun, am Ende des Universums gibt es einen Berg, mehr als eine Meile hoch. Und einmal in tausend Jahren kommt da dieser kleine Vogel.« »Was denn für ein kleiner Vogel?«, fragte Erzähler viel argwöhnisch. »Der kleine Vogel, von dem ich spreche. Jeweils einmal in tausend Jahren fliegt er vom Berg und...« »Meinst du den kleinen Vogel?« Crowley zögerte. »Ja, ich glaube schon«, bestätigte er. »Muss ein ziemlich alter Vogel sein.« murmelte der Engel. »Jewals einmal in tausend Jahren fliegt, rumpelt.« »Fliegt«, er zum Berg, »und schärft dort seinen Schnabel.« »He, ein Augenblick mal.« »Das ist völlig unmöglich. Zwischen hier und dem Ende des Universums gibt es jede Menge...« Der Engel gestikulierte ausladend und ein wenig unsicher. »Gibt es jede Menge...« »Äh, die Entfernung ist groß.« »Trotz ihm erreicht der kleine Vogel sein Ziel«, behauptete Crowley. »Wie? Darauf kommt es doch gar nicht an.« »Vielleicht benutzt er ein Raumschiff«, überlegte Erzähler viel laut. Crowley seufzte. »Meinetwegen«, sagte er. »Wenn du unbedingt willst.« »Nun, der kleine Vogel.« »Allerding sprechen wir hier vom Ende des Universums«, wandte der Engel ein. »Also müsse es eins von den Raumschiffen sein, in denen eine Generation auf die andere folgen und irgendwelche Nachkommen am Ende eintreffen.« »Es bleibt einem also gar nichts anderes übrig, als die Söhne und Töchter zu...« »Ein zu sagen, hey, hör mal, wenn ihr beim Berg seid«, Erzähler viel zögerte. »Was sollen sie am Berg nochmal machen?« »Der Vogel schärfte einen Schnabel an dem Berg«, erklärte Crowley. »Und anschließend fliegt er zurück.« »Mit dem Raumschiff«, »Nach tausend Jahren macht es sich erneut auf den Weg«, fuhr Crowley fort, »und nach zweitausend Jahren noch einmal und so weiter.« Einige Sekunden lang herrscht betrunkene Stille. »Scheint mir ziemlich viel Mühe zu sein«, Erzähler viel schürzte skeptisch die Lippen, »nur um einen Schnabel zu schärfen.« »Hör mal«, brummte Crowley, »es ist eine Metapher, wenn der kleine Vogel den ganzen Berg abgewetzt hat.« »Nun, äh«, Erzähler viel öffnete den Mund. Crowley wusste, dass ihn der Engel auf die unterschiedliche Härte zwischen Vogelschnabel und dem ordentlich festen Granit eines Berges hinweisen wollte, und deshalb brachte es seinen Satz hastig zu Ende. »Dann ist für dich die Zeit immer noch nicht vorbei, dass du deinen Sphärenklängen lauschen musst«, Erzähler viel erstarrte. »Und du wirst es genießen«, fuhr Crowley gnadenlos fort. »Das wirst du wirklich, mein lieber Junge. Du hast gar keine andere Wahl«, hört. »Der Himmel hat keinen guten Geschmack.« »Nun ja, nicht dein einziges Sushi-Restaurant«, ein schmerzhafter Ausdruck huschte über das plötzlich sehr ernste Gesicht des Engels. »Solche Diskussionen kann ich nicht in betrunkenen Zustand führen«, sagte er. »Ich werde jetzt wieder nüchtern.« »Ah, ich auch.« Engel und Dämon zuckten zusammen, als der Alkohol aus ihrem Blutkreislauf verschwand. Sie strafften die Schultern und der Zierer viel rückte seine Krawatte zurecht. »Es steht mir nicht zu, die göttlichen Pläne zu verändern«, stöhnte er. Crowley blickte nachdenklich in sein Glas und füllte es. »Was ist mit Diabolischen?«, fragte er. »Fieh bitte?« »Nun, vermutlich ist es ein diabolischer Plan, nicht wahr?« »Wir sind dafür verantwortlich.« »Meine Seite.« »Ja, mag sein.« »Aber es gehört alles zur göttlichen Vorsehung«, erwiderte Zierer viel. »Selbst die höllischsten Pläne der Hölle werden sofort Teil der Unerfindlichkeit.« Es klang zufrieden. »Das hättest du wohl gern, wie?« »Nein, so«, Ziererfell schnippte ungeduldig mit den Fingern. »So ist es nun mal. Wie würdest du es in deiner blumreichen Sprache nennen?« »Die Fahne der Endstange.« »Das Ende der Fahnenstange.« »Genau, das ist es.« »Nun, wenn du so sicher bist«, sagte Crowley, »da gibt es keinen Zweifel.« Crowley blickte verschlagen auf. »Nun, dann gehe ich sicher recht in der Annahme, dass die Vereitelung von Plänen ebenfalls zur göttlichen Vorsehung gehört. Ich meine, deine Pflicht besteht doch darin, dem Bösen bei jeder Gelegenheit einen Strich durch die Rechnung zu machen. Stimmt's?« Ziererfell zögerte. »Da kann ich dir nicht widersprechen.« »Du siehst ein Zeichen teuflischer Heimtücke und schon ergreifst du Gegenmaßnahmen. Habe ich recht?« »Im Großen und Ganzen schon. Normalerweise beschränke ich mich darauf, die Menschen zu ermutigen, den Kampf gegen höllische List und Schleue zu führen, wegen der Unerfindlichkeit, weißt du?« »Nun gut. In Ordnung«, Crowley nickte langsam. »Es genügt also eine Prise Vereitelung.« »Soweit ich weiß, ist die Geburt nur der Anfang. Es kommt in erster Linie auf das Milieu an, auf die Einflüsse. Wenn bestimmte Stimulationen ausbleiben, lernt das Kind nie, seine Fähigkeiten zu nutzen.« Er legte eine kurze Pause ein. »Zumindest weiß es nicht, wie es seine Fähigkeiten einsetzen soll.« »Meine Seite hätte sicher nichts dagegen, wenn ich eure Pläne durchkreuze,« erwiderte Ziererfell nachdenklich. »Ganz im Gegenteil.« »Es brächte dir eine weitere Feder für deine Flügel ein,« bestätigte Crowley und lächelte zuversichtlich. »Ich meine, ich weiß, was du meinst. Eine Auszeichnung, eine offizielle Belobigung.« Der Engel starrte eine Zeit lang ins Leere. »Was geschieht mit dem Kind, wenn es keine satanische Ausbildung bekommt?« »Wahrscheinlich gar nichts. In dem Fall erfährt es nie, worin seine Aufgabe besteht.« »Aber die Gene. Hör bloß mit den Genen auf,« brummte Crowley. »Gene haben damit überhaupt nichts zu tun. Nimm Satan als Beispiel. Man schuf ihn als Engel. Und schließlich wurde er zu dem großen Widersacher.« »Nein, wenn es allein von den Genen abhänge, könnte das Kind sogar zu einem Engel heranwachsen. Immerhin war sein Vater damals ein hohes Tier im Himmel.« »Welch ein Unsinn anzunehmen, es müsse durch und durch dämonisch sein. Nur weil sein Papi zum Teufel geworden ist.« »Meine Güte, wenn man einer Maus den Schwanz abschneidet, dann rechnet man doch nicht damit, dass sie später schwanzlose Mäuse zur Welt bringt.« »Nein, die Umstände sind der entscheidende Faktor. Die Erziehung. Glaubt mir, ich weiß Bescheid.« »Wenn es zu keinem unmittelbaren satanischen Einflüssen kommt,« begann Erzieher viel. »Dann muss die Hölle schlimmstenfalls nochmal von vorne anfangen,« erklärte Crowley. »Und die Erde erhält elf zusätzliche Jahre. Das ist doch besser als gar nichts, oder?« Erzieher fielts Blick, wurde noch nachdenklicher. »Du meinst also, das Kind sei nicht von Natur aus böse?« fragte er langsam. »Es kann ebenso böse wie gut sein,« antwortete Crowley. »Es ist ein Potenzial, das darauf wartet, geformt zu werden,« erhob die Schultern. »Warum reden wir überhaupt von gut und böse? Es sind doch nur Namen für unsere beiden Seiten. Wir wissen das.« »Nun, es dürfte sicher ein Versuch wert sein,« murmelte der Engel. Crowley nickte umgehend. »Abgemacht?« Der Dämon streckte die Hand aus. Erzieher viel griff vorsichtig danach und schüttelte sie behutsam. »Eins steht fest,« sagte er. »Diese Angelegenheit wird bestimmt hochinteressant. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe es satt, mich dauernd mit irgendwelchen Heiligen zu beschäftigen.« »Darüber hinaus ist es nur zum Besten des Kindes,« erwiderte Crowley. »Auf lange Sicht, meine ich. In gewisser Weise sind wir seine Paten. Wir kümmern uns sozusagen um die richtige religiöse Erziehung.« Erzieher viel strahlte. »Daran habe ich noch gar nicht gedacht,« sagte er. »Paten, ein Dämon und ein Engel.« »Da soll ich doch verdammt sein,« Crowley hob die Brauen. »Das ist nicht mal so schlimm,« gab Crowley zu bedenken, wenn man sich daran gewöhnt hat. Man nannte sie Scarlett. Derzeit verkaufte sie Waffen. Obwohl sie allmählich den Spaß daran verlor. Sie blieb nie sehr lange bei einem Job. Höchstens drei oder vierhundert Jahre. Man will ja nicht in einen Alltagstrott geraten. Ihr kastanienfarbenes Haar, weder rot noch braun, glänzte wie poliertes Kupfer. Es reichte bis zu den Hüften hinab in langen Zöpfen, für die sich Männer umbrachten. Dies ist keine Metapher. Die Augen glühten in einem seltsamen, orangefarbenen Ton. Scarlett sah wie eine 25-jährige Frau aus, und zwar schon seit Jahrhunderten. Sie fuhr einen staubigen, ziegelroten Lastwagen voller Kriegsgerät und offenbarte ein geradezu unglaubliches Geschick, wenn es darum ging, Grenzen zu überschreiten, ohne von misstrauischen Zollbeamten kontrolliert zu werden. Scarlett war auf dem Weg in ein westafrikanisches Land, wo gerade ein kleiner Bürgerkrieg stattfand. Sie wollte dort Waffen verkaufen und mit etwas Glück den kleinen Bürgerkrieg in einen großen Bürgerkrieg verwandeln. Aber leider blieb ihr LKW mit einem Motorschaden liegen, den sie nicht selbst reparieren konnte. Obwohl sich Scarlett inzwischen den technischen Dingen recht gut auskannte. Zu jenem Zeitpunkt befand sie sich in einer Stadt. Anmerkung der Autoren Selbst Städte sind relativ. Diese Stadt war so groß wie ein verschlafener Ort in der englischen Provinz. Für Amerikaner übersetzt heißt das, ihre Ausmaße entsprachen einem kleinen Supermarkt. Um ganz genau zu sein, es handelte sich um die Hauptstadt von Kumbola Land, einer afrikanischen Nation, in der schon seit 3000 Jahren Frieden herrschte. 30 Jahre lang hieß der Stadt Sir Humphrey Clarkson Land, aber da er überhaupt keine verwertbaren Rohstoffe aufwies und die strategische Bedeutung einer Banane hatte, entließ man ihn mit auffallender Hast in die Unabhängigkeit. Kumbola Land mochte arm und langweilig sein, aber wenigstens fanden dort keine Kämpfe statt. Die verschiedenen Stämme kamen bestens miteinander aus und hatten ihre Schwerter längst in Flugschare verwandelt. Im Jahre 1952 kam es zu einem Zwischenfall. Auf dem Marktplatz stritt sich ein betrunkener Viehtreiber mit einem ebenfalls betrunkenen Viehdieb. Die Leute sprachen noch immer darüber. Scarlett gehnte in der Hitze, fächelte sich mit dem breiten Hut Luft zu, ließ den nutzlosen Lastwagen auf der staubigen Straße zurück und betrat ein Lokal. Sie bestellte ein Bier, leerte die Dose, sah den Mann hinter der Theke an und lächelte. Ich brauche jemanden, der meinen Laster in Ordnung bringt, sagte sie. Gibt's hier irgendwo einen Mechaniker? Der Barkeeper grinste von einem Ohr zum anderen und zeigte perlweiße Zähne. Die Art, wie Scarlett ihr Bier trank, beeindruckte ihn. Nur Nathan, Miss, aber er ist nach Coonda gefahren, sieht auf der Fahne seines Schwiegervaters nach dem Rechten. Scarlett nahm eine zweite Dose. Hm, Nathan. Haben Sie eine Ahnung, wann er zurückkehrt? Vielleicht nächste Woche oder in zwei Wochen. Teuerster. Hey, Nathan ist ein echter Halunke. Lässt nichts anbrennen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der Barkeeper beugte sich vor. Sind Sie allein unterwegs, Miss? fragte er. Ja. Könnte gefährlich sein. Heutzutage treiben sich komische Typen auf den Straßen herum. Schlechte Menschen. Sie sind natürlich nicht von hier, fügte der Barkeeper hastig hinzu. Scarlett puppt eine prächtig geschwungene Braue. Der Mann hinter dem Tresen schauderte, obgleich ihm der Schweiß auf der Stirn perlte. Danke für die Warnung, schnurrte Scarlett. Ihre Stimme klang wie ein Wesen, das im hohen Gras lauerte und nur an den zuckenden Ohren zu erkennen ist, bis etwas Junges und Zartes vorbeikommt. Sie nickte dem Barkeeper kurz zu und schlenderte nach draußen. Die heiße afrikanische Sonne brannte auf sie herab. Der Lastwagen stand auf der anderen Straßenseite, beladen mit Gewehren, Munition und Landminen. Ohne Reparatur würde er sich nicht von der Stelle rühren. Scarlett beobachtete ihren Laster. Ein Geier saß auf dem Verdeck. Er hatte Scarlett 300 Meter weit begleitet und rülpste leise. Sie sah sich auf der Straße um. Zwei Frauen unterhielten sich an der Straßenecke. Ein gelangweilter Händler saß vor einigen Kürbissen und versuchte, die Fliegen zu verscheuchen. Mehrere Kinder spielten ohne große Begeisterung im Staub. Zum Teufel auch, sagte Scarlett leise. Ich kann sowieso mal wieder einen Urlaub gebrauchen. Diese Worte sprach sie am Mittwoch. Am Freitag war die Stadt Sperrgebiet. Bis zum nächsten Dienstag erlitt die Volkswirtschaft Kumbola-Lands dem totalen Zusammenbruch. 20.000 Menschen starben. Zu ihnen gehörte auch der Barkeeper. Er wurde von Rebellen erschossen, als sie die Barrikaden am Marktplatz stürmten. 100.000 weitere erlitten schwere Verletzungen. Scarletts Waffen hatten ihren Zweck erfüllt. Und der Geier starb an Überfettung. Scarlet saß im letzten Zug, der das Land verließ. Es wurde Zeit, die Stellung zu wechseln, und zwar in jeder Hinsicht. Schon viel zu lange verkaufte sie Kriegsgerät. Sie sehnte sich danach, ihre besonderen Talente in einem neuen Metier zu erproben. Eine Herausforderung. Ja, ein neuer Beruf mit neuen Möglichkeiten. Scarlet fragte sich, ob sie es mit dem Journalismus versuchen sollte. Warum nicht? Sie fächelte mit ihrem Hut und schlug die Beine übereinander. Einige Abteile hinter ihr begann eine Schlägerei. Scarlet lächelte. Wo immer sie sich auffielte, kam es immer wieder zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, Messerstechereien und Duellen. Sie verstand das als Kompliment. Sprechelte. Sprechelte. Sprechelte.